Moin Athleten. Es geht los mit Heimtraining. Das wird sich in nächster Zeit verschärfen. Wir beginnen Tag 1 mit einer ganz klassischen Übung, die kinderleicht ist. Wir machen Liegestütze. Achtet auf eine korrekte Ausführung. Rundt ordentlich gerade, geht so weit runter wie möglich und kommt dann wieder hoch. Schön gleichmäßig. Die Damen können gerne auf die Knie und Damen Liegestütze machen. Achtet hier darauf, dass der Rumpf akkural gerade ist. Dafür macht ihr, je nachdem wie viel ihr könnt, 5 bis 20 Stück. Die starken Jungs gerne auch mehr. Im Wechsel, wir machen immer Druck und Zugbewegungen in Kombination, um den ganzen Körper zu trainieren. Im Wechsel mit Rudern vorgebeugt und damit wir das zu Hause durchführen können, lehnt ihr das Handtuch. Etwas längeres. Stellt euch drauf, geht hier ganz leicht in die Hocke rücken gerade. Ihr seht, ihr müsst nicht ganz parallel zum Boden, kann ein bisschen höher sein. Und jetzt zieht ihr hier an dem Handtuch. So stark wie ihr könnt, mit dem oberen Rücken. Und das macht ihr so lange wie ihr könnt. Ich denke mal so 10 bis 30 Sekunden sind drin. Dann lasst ihr locker. Dann macht ihr eine Minute Pause und dann die ganze Sache in Runden durch. Also 5 bis 20 Liegestütze im Wechsel, Rudern vorgebeugt am Handtuch, Minute Pause. Guckt, dass ihr 5 bis 10 Runden absolviert. Viel Spaß, haltet durch. Bis zum nächsten Mal.